Kabinengeflüster, der Handball-Podcast aus dem Medienhaus meint ich, präsentiert von Green Monkey. Und damit herzlich willkommen zurück, Kabinengeflüster, Folge 69, präsentiert von Green Monkey. Einiges los in der Handballwelt, wenn wir heute alles durchkauen. Heute mein Gast vom TV Großwahlstadt, Konstantin Knabe. Hallo Konstantin. Servus, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass es geklappt hat. Erzähl, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut soweit. Ich hab ein bisschen Rückenprobleme, aber das... Rücken? In deinem Alter würden der zu sein? Also früher, als ich noch ein bisschen jünger war, wenn ich gesagt habe, ich hatte irgendwelche Probleme, dann in deinem Alter, was? Da werde ich auch mal doof angeschaut, wenn ich das sage. Aber es ist irgendwie, in meinem unteren rechten Rückenbereich, so ein bisschen verkrampft oder sowas. Okay. Aber ist irgendwas passiert oder war das von jetzt auf gleich? Nee, das war von jetzt auf gleich einfach mal. Echt? Jetzt seit zwei, drei Wochen. Boah. Hast du... Aber spielst du? Ja, ich spiele... Aber ich mache nicht so viel Training, also ich mache ein bisschen ruhiger. Aber ich spiele... Versuche, so viel zu spielen, wie es geht. Aber wenn es immer nicht geht, dann sage ich es mit dem Trainer und dann wechseln wir durch. Mit Schmerzen dann wahrscheinlich im Spiel, ja. Ja gut, dein Trainer, der Puvilas Povaskas, der war es ja auch immer gewohnt, glaube ich, mit Schmerzen zu spielen. Einmal, geile Geschichte, in Hagen haben wir gespielt. Und er hat ja nur Abwehr gespielt bei uns. Und dann kam er auf einmal dann rausgerannt und irgendwie so, ah, ah, ah. Und er hatte so die Hand an seinen Finger. Ja, und dann setzt er sich neben mich auf die Bank und ich so, ja, was ist passiert, was ist passiert? Guckt er mich nur so an und hebt so seine Hand hoch und da war der Finger ausgekugelt. Ich so, ah, ah, das kann ich ja eh nicht sehen. Und was macht der Typ? Macht sich selbst wieder rein, tapet rum und geht wieder rein und spielt. Der hat uns auch schon viele Geschichten erzählt. Echt? Der hat, der hat gefühlt keinen Schmerz, der macht einfach weiter. Das will der auch von uns, der will uns auch immer pushen, dass wir auch so durchziehen, wie es nur geht. Das, 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 das glaube ich allerdings, ja. Ich meine, er hat ja jetzt sogar auch die, die erste von euch mal kurz betreuen dürfen, als, als der Schorle wegen seiner Hüfte, glaube ich, raus war. Ja, der hat eine Hüfte-OP. Genau. Ah ja, gut. Äh, genau, ich habe es schon erwähnt, viel los in der, in der Handballwelt. Kauen wir, kauen wir gleich durch. Ähm, vorher aber erst mal, äh, kurz, muss ich auch mal kurz anmerken, ich mache immer einen Soundcheck mit meinen Gästen. Mhm. Und gerade habe ich mit dir, ja, den Soundcheck gemacht, also es geht jetzt an alle Hörer da draußen und da ist meine Frage mal, was hast du heute gefrühstückt? Und der Konstantin sitzt hier und sagt, ja, ich habe drei McToast von, von McDonalds gefrühstückt. Fand ich, fand ich sehr geil, ja. So, okay, äh, jetzt aber, ähm, für die Leute, wie jede Folge, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal bitte selbst vor. Ja, ich bin der Konstantin, ich komme aus Großumstadt, ähm, da habe ich auch angefangen Handball zu spielen mit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren. Ähm, ja, da habe ich immer, da bin ich durchs Handball, ich bin durchs Handball reingekommen, durch meinen Bruder, weil der angefangen hat mit Handball. Ähm, dann fand ich das immer sehr cool, aber ich habe jetzt nie so wirklich daran gedacht, dass es so was langfristiges werden kann. Ich habe einfach nur einen Sport gesucht, das wollten auch meine Eltern immer, dass ich irgendeinen Sport mache. Ähm, dann habe ich noch währenddessen Fußball gespielt, war eigentlich, da war ich eigentlich auch sehr gut drin. Ähm, dann musste ich mich aber damals, weil es ernster wurde, entscheiden, ob ich Handball oder Fußball spiele. Ähm, dann habe ich mich dann für Handball entschieden, was auch eigentlich, wie man da sieht, die gute Entscheidung war. Echt, würdest du sagen? Ähm, dann bin ich mit, in der C-Jugend war das, glaube ich, da war ich 14 oder 13 irgendwie so rum, bin ich zum TV Großwaldstadt in die Union gekommen. Ähm, damals war noch der André Seitz, der Jugendkoordinator. Der war letztens auch hier im Podcast. Ja. Ähm, da hat er mich zum Pro-Training eingeladen, da war mein Bruder schon, also da ja mein Bruder kannte und dadurch mich auch immer ein bisschen. Ähm, dann war ich da beim Sichtungstraining, bin, ähm, wurde angenommen, war aber noch zu jung, das heißt, ich musste noch ein Jahr warten, weil ich erst im ersten Jahr C-Jugend war. Ähm. Ah, die hatten damals noch keine C-Jugend? Ja, die kamen ja jetzt erst und da war ich noch viel, also da war ich wirklich noch viel zu jung, da hatte ich auch gar keine Chance eigentlich. Okay. Ähm, dann habe ich noch ein Jahr in Groß-Rumstadt weitergespielt und bin dann Ende der Saison, ähm, zu Großwaldstadt gewechselt. Damals in die B-Jugend bei Edis Hotschig. Ah ja. Ähm, ja und seitdem spiele ich jetzt da in Großwaldstadt, ähm, bin jetzt aus der Jugend raus seit jetzt kurzem. Und jetzt geht der Weg weiter in Großwaldstadt. Jetzt geht der Weg weiter in Großwaldstadt. Ja gut, da, äh, kommen wir, kommen wir gleich. Und ich wollte dich fragen, wie kam das, dass du damals aus Umstadt dann, äh, zu den Junioren bist nach Großwaldstadt? Wolltest du einfach mehr trainieren oder schon vielleicht auch Profi werden irgendwann mal? Ja, also es war ja schon immer früher immer dieses TV Großwaldstadt, dieser große Verein, der wo eigentlich, da wollten schon viele hin, mit denen ich geredet habe. Ähm, und dadurch, dass da mein Bruder schon da war, habe ich ja auch immer so ein bisschen mitbekommen, wie das da ist, dass alles viel professioneller ist, schon viel mehr, sag ich jetzt mal, wie im Profibereich schon die Spieler behandelt werden. Ähm, und dann habe ich das Angebot bekommen, also zum Sichtungstraining zu gehen und dann habe ich mir gedacht, ey geil, das kann ich vielleicht auch nochmal Profi werden. Das wird vielleicht doch was Ernstes. Ähm, und da habe ich auch gar nicht lange überlegt, ähm, bin direkt hin, da war eigentlich auch schon die Entscheidung sehr, sehr schnell, dass ich von Großwaldstadt weggehe und... Also für dich, du musstest da gar nicht lange überlegen, sondern, ich meine, Großwaldstadt, das ist so ein Tradition, also, ich meine, ich war da auch immer als, als, als Kind damals noch erst zu Erstliga-Zeiten immer in der Halle, bin sogar mal mit eingelaufen, dann, also als ich damals auch die Chance gehabt habe, nach Großwaldstadt zu gehen, da habe ich auch nicht, da habe ich auch nicht lange überlegt. Das war ja tatsächlich mitten in der Saison bei mir, da war, wir hatten damals, war ich ja bei der zweiten Mannschaft von Rhein-Neckar-Löwen und, äh, hatte mittwochs frei, das war im November und, äh, war mit meinem besten Kumpel einen Kaffee trinken. Und auf einmal bekomme ich eine Nachricht, ja, hier, äh, damals, der Maik Pallach war das noch, sportlicher Leiter gewesen, ja, hi, Maik Pallach vom TV Großwaldstadt hier, äh, wir bräuchten für nächste Woche einen neuen Teut, ja, wie sieht's aus, hättest du Lust? Ja, und ich habe sofort geschrieben, auf jeden Fall hätte ich Lust, ja, lass uns das irgendwie hinkriegen und dann hat zum Glück, äh, dann bei den Rhein-Neckar-Löwen niemand mir einen Stein in den Weg gelegt und dann konnte ich dementsprechend dann auch relativ schnell, also ich glaube, ich habe dann drei Tage später den Vertrag unterschrieben und habe dann abends noch bei den Löwen trainiert und am nächsten Morgen schon in Großwaldstadt. Also, das ging dann, das ging dann alles ganz schnell, ja. Gut, äh, jetzt, ich meine jetzt gerade, nee, was ich dich gerade noch fragen wollte, wie sieht so ein Sichtungstraining eigentlich aus? Sind da viele dann mit dabei oder ist man da eher ein kleinerer Kreis? Boah, damals waren wir schon viele, ich glaube, da waren wir locker so 30, 40 Spieler rum. Wer betreut die alle? Ja, das ist, ja, das ist ja in Großwaldstadt gut, dass es Halle 1 und Halle 2 gibt. Stimmt, stimmt. Dadurch konnte man das immer ganz gesplitten, auch mit dem Alter her. Ja, ähm, dann war dann, erst wurden so normale Tests gemacht, wie groß man ist, wie viel man wiegt, ähm, so der ganze Kram, so dieses körperliche. Ähm, dann war, glaube ich, damals in Halle 2 am ersten Tag, ähm, so kleine Tests, so Sprint-Tests, Sprung-Tests und sowas, ähm, wo man einfach, wo einfach die Trainer ein bisschen schauen wollen, auf was für einen Fitnessstand man ist, ähm, was man schon so kann und was man vielleicht noch verbessern muss. Ähm, dann Halle 1 waren so diese Handball-spezifischen Sachen. Dann war dann 1 gegen 1, wirklich spielen, Spielverständnis zeigen. Dann haben wir auch noch 6 gegen 6 gespielt, mit, ähm, immer gegen verschiedene, also in verschiedenen Vorgaben. Das war dann, ja, so der grobe Ablauf. Ja, und die anderen waren auch alle dein Alter, weil du hast ja gesagt, ihr wart eigentlich viel zu jung, oder du warst viel zu jung. Ja, also wir hatten, ähm, es waren noch sehr viel Ältere da, ich glaube, es waren so 3, 4, 5 in meinem Alter und der Rest war dann schon älter. Okay. Da war auch zum Beispiel der Anton Bayer, der, mit dem ich jetzt immer noch zusammen spiele, der war auch damals dann schon da. Ähm, der Cedric Wüst, der Sohn vom Vorstand, der war auch mit dabei. Und da kannte ich die dann schon alle so ein bisschen. Mhm. Ja, ich war ja letztens beim C-Jugend-Quali-Turnier in Großweilstadt, weil mein Cousin da gespielt hat. Äh, der spielt in Barmhausen, die haben gegeneinander gespielt. Mhm. Alter. Keine Chance gehabt, ja, also die C-Jugend vom TVG, die waren schon, die waren schon richtig gut, also hast du schon angemerkt, dass die, die haben in der Abwehr auch, also das war, da hast du richtig gemerkt, da steckt ein Plan dahinter, ja, auch die Außennehmer da den Halben angreifen und so, also von solchen Sachen, da waren die anderen Mannschaften noch ganz weit entfernt, ja, aber da siehst du wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, die trainieren wahrscheinlich schon viermal die Woche oder so, die C-Jugend von euch, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Also, da hast du dann schon gemerkt, okay, da geht's schon ein bisschen anders zur Sache als dann bei anderen Jugendlichen, ja, aber wenn man persönlich weiterkommen will, ist das natürlich, äh, muss man da mal durch, ja. Ich meine, aktuell spielst du ja für die 1B, ne, für die zweite vom TVG, ähm, in der Bezirks-Oberliga, ihr steht auf dem fünften Platz, zwei Spiele vor Schluss, theoretisch könntet ihr noch vierter werden, ich weiß nicht, seid ihr zufrieden mit der Saison? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Ja, also es haben sich eigentlich viele, viel mehr vorgestellt, gerade weil auch die letzten Jahre eigentlich so immer mit um Aufstieg waren, ähm, aber wir haben dann relativ früh gemerkt, als wir so die ersten Spiele gegen Haibach, ähm, gegen Odenwald und sowas hatten, da haben wir schon gemerkt, dass es vom körperlichen Stand ja auch noch was ganz anderes ist, weil wir sind alle, ähm, also die Hälfte der Mannschaft besteht ja aus der Jugendmannschaft, ähm, und wir haben eigentlich immer gedacht, ja, BOL ist nicht krass, das können wir easy schaffen, ähm, dann gehen wir dann in den Männerbereich und bekommen erstmal die ersten Spiele auf den Sack, weil die einfach zehnmal stärker sind als wir und wir nicht dieses körperliche, harte gewöhnt sind, ähm, und bis wir uns darauf eingestellt haben, war das halt schon nochmal, das hat lange gedauert, bis wir da auch wirklich einstecken konnten, das war, und dann haben wir auch manchmal, gerade mit dem Ukraine, also gerade mit dem Deutschland-Ukraine-Ding ist halt immer, dann fehlt auch manchmal ein bisschen die Absprache, dann sind so, sag ich jetzt mal, Gruppen gebildet, dann immer die Ukrainer-Gruppe auch in der Kabine, ähm, wo dann eher die Deutschen zusammen sind und die Ukrainer bis zusammen sind, das hat dann auch mal so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, für Probleme gesorgt, wo dann schnell immer, ähm, also gerade die älteren Spieler von der 1B so ein bisschen, ein bisschen genervt wurden, weil halt dann auch nie so wirklich so eine krasse Moral war, wie in den letzten Jahren. Okay, ja, das, äh, unterschätzen glaube ich viele, das, dieses, dieses körperliche aus, also wenn du aus der Jugend kommst, vor allem ihr seid ja Großteil eurer Mannschaft aus der Jugend, hast du ja gerade gesagt, und, äh, das ist dann körperlich, gibt da schon einiges her, wenn du dann auf einmal gegen, gegen erwachsene Männer spielst, ja, und BOL, es ist nur die BOL in Anführungszeichen, ja, aber da sind auch welche dabei, die Handball spielen können, ja, also das ist, man darf das wirklich nicht, äh, nicht unterschätzen, von daher, und, äh, ich hab aber gesehen, der, der, ähm, Redkin heißt der, glaube ich, ne, aus der ersten Mannschaft, der, der Linkshänder, der da auch mit dabei ist, da hab ich nur gesehen, der schießt immer einen Haufen Tore, ne, also, ich glaub, der ist so euer bester Torschütze, oder? Ja, ja, spielt der halb oder rechtsaußen? Ähm, der spielt bei uns Rückraum rechts. Ah, ja, okay. Und der ist halt, gerade seine Schnelligkeit, Sprungkraft und dieses Schneller ins Eins, was der hat, das ist halt gerade in der BOL gut, weil da ja immer so ein bisschen langsame Spieler sind, Ja, ja, ich glaub, aber er ist körperlich auch schon noch einen Ticken weiter dann auch, ne, also, ich glaub, der trainiert auch regelmäßig dann bestimmt bei der ersten mit, oder? Ja, er spielt, also, der trainiert hauptsächlich bei der ersten. Ja, genau, also, da merkst du dann schon, ja, ich mein, aber, gebt euch jetzt mal noch ein paar Jahre und dann, oder ein paar Monate, vielleicht den Sommer jetzt mal ein bisschen was am Körper machen, Ja, und jetzt sind wir so langsam gewöhnt euch dran, ja. Also, meine Meinung ist es ja, dass es dem TVG schon sehr gut tun würde, wenn man mal ein bisschen mehr in die zweite Mannschaft investieren würde, weißt du? Weil, ich glaub, der Sprung aus der A-Jugend ist halt einfach zu groß für die meisten Jungs direkt in die erste Mannschaft. Ja. Und, äh, ich glaub, die A-Jugend von euch spielt auch gar keine A-Jugend Bundesliga, oder? Ne, das haben wir, also, jetzt ist ja grad wieder neue Quali. Genau. Ähm, die sind jetzt in der zweiten Runde, aber, ähm, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, ne, also, das, ne, merkst du, der, der, der Sprung direkt in die erste Mannschaft, der ist da ja. Ja. Ja, nicht realistisch, sagen wir mal, außer da kommt jetzt irgendein Riesentalent, aber deswegen, wie ist denn jetzt Zielsetzung in den nächsten Jahren? Wollt ihr da schon mal den Aufstieg in die Landesliga, ist das angepeilt, ja? Ja, also, ähm, wir haben ja jetzt einen Trainerwechsel, jetzt kommt ja der Alexander Hess zu uns. Ach ja, okay. In die U23. Okay. Ähm, wir wollen jetzt allgemein die, ähm, zweite Mannschaft ernster nehmen, damit eben dieser Wechsel zur ersten besser wird. Ähm, da war auch, glaub ich, jetzt die Tage im Zeitungsbericht drüber. Mhm. Der wurde jetzt veröffentlicht, ähm, weil jetzt viel Bewegung in der zweiten Mannschaft ist. Also, da kommen, ähm, wir holen, also, was ich gehört habe, wir holen neue Spieler für die, ähm, zweite Mannschaft. Ähm, neuer Trainer, wie gesagt, ähm, und dann ist auf jeden Fall schon der, also, dieses Jahr noch nicht der Aufstieg geplant, aber auf jeden Fall, dass es in eine gute Richtung geht und dann, die kommen. Genau, aber das ist ja das, was ich meine, ne, dass da mal langfristig mal ein bisschen, äh, mehr rein investiert wird, weil halt eben, ich glaube, also, zweite Liga, Oberliga ist da, glaube ich, ein ganz, äh, ein ganz gute, ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und ich glaube, der, genau, ich sehe es hier gerade vor 13 Stunden, äh, TV Großvallstadt will künftig mit Juniorteam punkten, ja. Ja, also, finde ich auch gut, dass du es schon U23 nennst, ist ja bei den meisten Profivereinen so, äh, dass die zweiten Mannschaften dann meistens halt eben aus jungen, äh, Spielern bestehen und das Ganze dann eine U23 ist. Ja, genau, also, ich, ich denke, das ist ein guter Ansatz, dann auch langfristig für die, für die erste Mannschaft da, ja. Ich meine, äh, du hast ja erzählt, du kommst aus Umstadt, die spielen ja aktuell in der Landesliga. Ja. Und da findet ja auch, glaube ich, so ein kleiner Neustart jetzt so statt, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob der Trainerwechsel schon veröffentlicht worden ist, ich weiß aber, wer da Trainer wird, also, das ist, äh, liegt es aber jetzt nicht in deinem Interesse, auch vielleicht für deine, für deinen Heimatverein eine Klasse höher zu spielen? Oder gibt es da vielleicht sogar Gespräche? Nee, nee, absolut nicht. Nee, warum nicht? Ich, ich weiß nicht, das war, ich war, also, das hatte ich als hart, aber ich war nie wirklich gut mit Umstadt irgendwie. Okay. Also, es war so nie, es war, ich wollte schon früh, also, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich wollte schon relativ früh wegwechseln, ähm, und jetzt auch so, ich finde, so die Arbeit in den letzten Jahren war einfach nicht so vielversprechend. Und, zum Beispiel, die halbe Jugendmannschaft ist ja, ähm, sag ich jetzt mal, verloren gegangen. Okay. Ähm, und ich finde, wenn ich, also, wenn ich persönlich jetzt zu einem anderen Verein wechseln würde als TVG, würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass die eine gute Basis haben, wo auch wirklich so, wo. Wo du langfristig, wo du langfristig einen Erfolg siehst. Ja. Ja, das, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Mannschaft nächstes Jahr in Umstadt aussieht. Und, äh, ich weiß, wie gesagt, nur, dass es da einen neuen Spielertrainer oder, ich weiß nicht, ob er Spielertrainer macht, dass es einen neuen Trainer geben wird. Und, äh, ja, aber so viele Spieler von dort kenne ich, kenne ich dann auch nicht mehr. Also, es ist, ne, es hat mich aber nur interessiert, weil die halt eben Landesliga spielen. Ja. Eine Liga höher, als du gerade spielst, du kommst aus Umstadt. Deswegen hat es mich interessiert, ne, warum da vielleicht, ich meine, aber mal, dich mal angefragt oder so haben sie auch nicht. Krass, ey, okay. Dann ist das natürlich, okay. Gut, äh, ja, wie lief denn das Jahr jetzt für dich persönlich? Ich hab gesehen, du warst sogar einmal im Profikader mit dabei, gegen Lübeck, ne? Ja. Ja, wie lief das Jahr? Erzähl mal. Ähm, boah, also das Jahr hat erst sehr ruppelig gestartet, weil wir haben zwei Wochen vor der A-Jugend-Bundesliga-Quali, ähm, war bei uns in der A-Jugend ein Trainerwechsel. Da haben wir erst Povilas Barbacias bekommen als Trainer, weil davor war ja noch Slava Lodschmann. Ähm, dann war, hatten wir zwei Wochen wirklich Vollgas-Training, damit wir noch irgendwie die ganze Taktiken und sowas reinbekommen. Dann war die Quali für die Union-Bundesliga nicht gut. Da hat einfach vieles nicht gepasst, das war einfach nicht viel Absprache, da war so einfach, hat viel nicht gestimmt. Ähm, dann haben wir aber die Oberliga-Quali sehr souverän bestritten, ähm, wo auch eigentlich die Mannschaft alle sehr gut war. Ähm, dann hat die Saison angefangen. Da, ähm, war schon früh klar, dass wir eigentlich so mit Favoriten sind. Ähm, war auch die ersten, also haben wir auch die ersten Spiele gezeigt, da waren wir einfach immer dominant. Die Gegner hatten eigentlich, würde ich jetzt sagen, wenig Chance. Na, A-Jugend jetzt. Ja, vor allem, weil wir, ähm, was wir gemacht haben, also wir haben nur Tempo-Handball gespielt. Und das hat man auch gemerkt, dass die anderen Mannschaften damit nicht klarkamen. So, das ist in der Jugendmannschaft, also in Jugendmannschaften ist ja so, der trainiert ja nur zwei-, dreimal die Woche vielleicht. Mhm. Und wenn wir dann ankommen, ähm, die jeden Tag trainieren. Er trainiert jeden Tag. Ja, dann ist es halt, man merkt ja dann diesen Unterschied von der Ausdauer her. Natürlich, ja. Weil da sind wir jede, jede 60 Minuten durchgerannt, einfach nur immer Tempo-Handball und die anderen Mannschaften standen nach 20 Minuten da und hatten keine Puste mehr. Das, das war sehr gut, also es war wirklich ein Vorteil für uns. Ja. Ähm. Ja, und für dich persönlich, also bist du zufrieden mit deiner, mit deiner eigenen Leistung? Ja, geht so. Okay. Also ich habe Anfang der Saison war ich, ähm, sehr passiv, sagen wir es mal so. Da habe ich, das war, da habe ich mich nicht viel selber getraut, so, da war ich, ähm, hatte ich nie so wirklich den Zug zum Tor. Ähm, den habe ich aber in der Saison dann durch Pugilas bekommen, weil er mir immer gesagt hat, trau dich, trau dich, mach das. Ähm, und dann habe ich auch in der Saison, bin ich so, würde ich jetzt mal persönlich sagen, mehr so zum Führungsspieler angewachsen und habe auch dann selber viele Tore geworfen und auch viel vorbereitet und so. Ähm, und dann kam Dezember, äh, kurz vor meinem Geburtstag, kam, ähm, hat mich Pugilas angerufen an einem Freitag, äh, und meinte, dass ich, ähm, ob ich zu Ersten kommen kann, weil, ähm, bei denen alle krank waren. Ähm, da lag ich noch im Bett, habe, bin gerade erst aufgestanden, ähm, bin dann natürlich direkt los, habe direkt zugesagt, ähm, dann bin ich da komplett nervös, überfordert, bin ich da zum ersten Männermannschaftstraining gegangen, kannte natürlich niemanden, ähm, gehe dann da in die Kabine, habe mich alle voll freundlich begrüßt und so, das war schon gut, wie die mich begrüßt haben, so, das hat mich auf jeden Fall schon mal viel Druck genommen. Ja. Ähm, dann habe ich während dem Training, ähm, erfahren, dass ich bei der Ersten mitspiele, dann war natürlich die Aufregung noch größer, ähm, und dann an diesem, ich weiß nicht, ob es ein Samstag oder Sonntag war, ähm, hatten wir Familienfeier bei uns, ähm, und dann bin ich von der Familienfeier direkt zum Spiel von der Ersten, ich war irgendwie, ich war eine halbe Stunde zu früh da und so, weil ich so aufgeregt war, weil ich einfach nichts falsch machen wollte, ähm, ähm, dann kam die ganze Familie mit, alle noch, also meine Mutter noch aufgeregter als ich, ähm, dann war das Spiel gegen TUS in Lübeck, ähm, hat nicht sogar Spatzi mitgespielt in dem Spiel. Ja, das war das, wo Spatzi auch sein Comeback gegeben hat, weil einfach, ich glaube, da saßen wir zu fünft auf der Bank oder so, weil wirklich, da war niemand mehr da, ähm, haben wir leider verloren, aber es war, allein stand die Erfahrung, das mit, also das mitzumachen, das war schon, das war schon sehr geil. Standst du auch auf dem Feld, wurdest du kurz eingewechselt, oder? Nee, gar nicht, ich wurde nicht eingewechselt, aber, ähm, er lasst schon dieses Einlaufen und so, das war schon, das hat sich, der Nervenkitzel. Ja, wie war das für dich im Training vom Niveau her, also, äh, haben die Jungs ein bisschen lockerer dann gemacht an dem Tag oder weil es das Abschlusstraining war, oder? Nee, die haben voll drauf gehauen. Also, ich weiß noch, ich wollte einen Unterarmwurf machen, ähm, was halt bei der Jugend immer geklappt hat, weil die damit nicht rechnen, aber dann habe ich da so einen auf den Arm bekommen, da habe ich erst mal gedacht, dass mein Arm abfällt, weil ich einfach, das ist ein ganz anderes Niveau, das ist einfach nochmal so zehnmal krasser, das war schon, ja, da haben die mir noch viele Tipps mitgegeben. Sehr gut. Ähm, tja, dann habe ich, dann habe ich jetzt ein paar Mal bei der ersten noch mittrainiert, immer so zehn, fünf, zehn, zwanzig Mal. Ah, okay. Und wer, wer von, gibt es da jemanden, der dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat, der dich so ein bisschen, äh, rangeführt hat? Ähm, boah, nee, eigentlich, eigentlich waren alle gleich. Alle gleich, okay. Nur, ähm, am Anfang war ein bisschen Frieda Bandlo. Das dachte ich mir, ja. Der ist ja ein herzensoffener Mensch, der macht das, also, der nimmt ja gerne immer neue Leute mit auf. Auf jeden Fall, ja. Ähm, der hat mich da ein bisschen an die Hand genommen, hat gesagt, wenn ich irgendwas brauche, soll ich mich melden, soll ich sagen, dann macht er das. Ja, das ist immer, man unterschätzt es immer, wenn du in dieser Mannschaft spielst, wenn dann jemand aus der Jugend dazukommt, ja, wie aufgeregt er eigentlich ist, ja. Also, das, 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 in dem Moment, in dem Moment denkst du da gar nicht dran, ja. Aber ich weiß genau, wie du dich, wie du dich gefühlt hast, ja, also, ich habe das schon ein paar Mal erzählt hier, wo ich dann dieses erste Mal dann in der ersten Mannschaft bei den Löwen mit dabei war. Einfach nur das Maul halten, habe ich mir gedacht. Ja. Geh da hin, halt dein Maul und geh wieder, so, weißt du, bloß nicht negativ auffallen, jetzt keinen Scheiß. Dreck machen, spiel deinen Handball, spiel deinen Stiefel runter und dann ab nach Hause, ja. Ja, ich glaube, ich habe auch in dem Training ein einheitliches Wort von mir gegeben. Also, ich habe mich einfach auch gar nichts getraut, irgendwas zu sagen, weil ich einfach, ich glaube so, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann hauen die mich alle oder so. Ich dachte so, dass die einem direkt so, direkt was Böses wollen, wenn man was Schlechtes sagt. Ja, nee, aber das sind auch ganz normale, auch ganz normale Menschen, ne, davon eigentlich nicht, eigentlich nicht vergessen, ja. Ich glaube, da haut dir keiner aufs Maul, wenn du irgendwas, wenn du irgendwas Lustiges sagst, ja. Gut, ja, geile Story, die du gerade erzählt hast, wirklich, fand ich, fand ich mega lustig. Gut, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zum aktuellen Geschehen, weil ja die letzten Tage, Wochen ja schon einiges abging. Was ich jetzt gerade eben, ich habe gerade Sportbild hier aufgemacht, gelesen habe, der HSV kriegt keine Lizenz. Was? Also, habe ich, ich bin da jetzt noch überhaupt nicht informiert, deswegen tut mir leid an die Hörer, die sich jetzt denken, ich spreche schon mal ein bisschen darüber. Ich habe keine Ahnung. Also, ich sehe gerade nur, der HSV bekommt keine Lizenz und legt aber Einspruch ein oder beschwert sich. Weißt du ein bisschen mehr darüber? Ne, auch nicht. Ich habe es gestern Abend, glaube ich, noch gelesen. Da war ich auch so, was? So, das ist ja... Ja, vor allem, weil das ist denen ja vor nicht mal zehn Jahren schon mal passiert. Also, ja, keine Ahnung, ey, was da los ist. Krass, ja, weil der Dino Chorak, der ja hier in Großvallstadt gespielt hat, ist ja dort. Und dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dino irgendwie die Option hat, wieder zum TVG zurückzukehren. Also, ich habe nicht irgendwie, ich habe mit niemandem gesprochen. Ich würde das jetzt einfach mal nur so einschätzen, dass der Dino, der ist nicht blöd. Der hat mit Sicherheit da irgendwas in die Verträge reinschreiben lassen, dass es da irgendeine Option gibt, dass er irgendwie zurück kann. Und von daher gehe ich jetzt mal davon aus, wenn der HSV wirklich keine Lizenz kriegt, dass der Dino in der kommenden Saison wieder hier in Blau-Weiß spielen wird für den TVG. Das wäre ein ganz gutes Kreisläufer-Duo mit Patrick Gemp und Dino Chorak. Also, das wäre, das würde wehtun. Auch für dich, wenn du nochmal mittrainierst, das würde wehtun im Training, kann ich dir schon mal sagen. Gut, genau, Nikola Portner, auch wild, die B-Probe, auch positiv gewesen. Ich bin gespannt, wie lange der jetzt gesperrt ist. Also, da steht irgendwas von jahrelanger Doping-Sperre. Das war schon krass zu hören. Schon krass, ja. Vor allem, jetzt stell dir mal vor, der hat das wirklich nicht bewusst genommen. Also, ich weiß ja nicht, wie, ich habe ja keine Ahnung von dem Zeug und was auch immer, ne. Aber jetzt stell dir mal vor, er hat wirklich irgendwie das Medikament von, ich glaube, sein Kind hat irgendwie ADS und das ist ja irgendwie ein Medikament da drin oder keine Ahnung. Der hat das wirklich irgendwie aus Versehen genommen. Und jetzt, so ein Scheiß, ja, also, schon, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Typ sich Chris Emeth ballert. So, oder? Sind wir mal ehrlich. Ne, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, vor allem auf dem Niveau, ey. Vor allem jetzt, der beißt sich doch in den Arsch, vor allem, weil seine Mannschaft zieht in Zweine vor ein jetzt, gewinnt den Pokal. Und der Torhüter, der eigentlich hinter ihm sitzt, ist der Held, so, weißt du, und rasiert jedes Spiel. Ja, das, das finde ich das Traurigste daran, dass der, der, also, wenn ich, wenn ich der, wenn ich Portner wäre und würde zu Hause sitzen und da zugucken und ich sehe nur, wie der andere Torhüter im Spiel 15 Paraden hat. Jedes Spiel? Ja, da würde ich, also, das würde mich auch so ärgern. Das ist, ist wirklich, also, ich glaube, ich meine, auf dem Niveau, Konkurrenzkampf ist ja immer sehr ausgeprägt. Und er war ja immer die Nummer eins, der Portner. Deswegen ist das natürlich jetzt, ähm, ist das natürlich jetzt ziemlich bitter dann auch, ja. Ähm, gut, was haben wir noch? Genau, ich habe es gerade schon angesprochen, Champions League. Hast du es geguckt, die Spiele? Ja. Komplett? Ja, Kiel gegen, also, ich habe Kiel geguckt und, ähm, Magdeburg. Und was, äh, fangen wir mal mit Magdeburg an, was sagst du zu dem Spiel? Wild. Also, ich fand, die Anfangsphase war, fand ich, noch relativ entspannt. Also, da habe ich gedacht, es sieht gar nicht mehr so aus, als würde es so ein wichtiges Spiel sein. Weil ich finde, beide Mannschaften waren relativ passiv und waren jetzt, das war so genau das Gegenteil von Kiel. Die haben so, sie haben sich beide so ein bisschen zurückgenommen und haben jetzt nicht so krass, sag ich jetzt mal, unfair gespielt oder härter. Das war einfach nur, fand ich, so taktisch her, ähm, einfach nur von beiden Trainern so immer so ein Hin und Her. Ja. Ähm, aber was mich auch bei dem Spiel gewundert hat, ist, dass Andi Wolf auf der Bank saß. Der hat auf der Bank angefangen, ne? Ja, ja gut, ich glaube, das hat damit zu tun, weil es ja gerade so Gerüchte gibt, dass er, dass er, äh, vielleicht nach Magdeburg geht. Mhm. Ähm, wo ich aber mal zu sagen muss, sind die Magdeburger Fans eigentlich bescheuert? Also, ich sehe, tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, aber wenn ich da mal mir so anschaue, was die Leute da so kommentieren unter diesen ganzen Beiträgen und so, da steht, wir brauchen keinen Wolf, oh, den brauchen wir nicht und so ein geldgeiler Sack. Seid ihr, seid ihr bescheuert oder was? Das ist einer der besten Teuter der Welt, äh, was kann der dafür, dass er ein Kielsche gutes Geld verdient, ne? Also, sei ihm doch gegönnt. Ja. Das ist deutscher Nationalteuter, also, was habt ihr bitte schön gegen diesen Mann? Ja. Ne, also, an der Stelle von Wolf würde ich mir jetzt denken, naja, gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann halt nicht so, ja, gehe ich halt woanders hin. Aber er hat es ja auch bewiesen, gerade im Spiel, also, ich glaube, sechs, sieben Meter gehalten, das ist schon... Ey, der kam rein, den einen, ich habe einen Ball im Kopf, den finden jetzt wahrscheinlich, der hält ja tausendmal spektakuläre Bälle. Aber für mich als Teuter war der Ball einfach geil, von rechts außen, vom Hornke, lang hoch, wo er einfach nur seinen riesigen Arm da in diese Ecke stellt. Wow, wirklich, also, das war schon brutal und im Spiel schon die sieben Meter gehalten, ja, du sagst es, dann im sieben Meter herufen auch, ja. Aber der letzte Pfiff, was sagst du dazu? Der hätte ich weiterlaufen lassen. Ja, im besten Fall, muss man ja eigentlich. Muss man eigentlich da weiterlaufen lassen, ja. Entweder sie geben den Freiburg schon viel früher, weil, ich meine, da hätte man schon vorher Freiburg pfeifen können. Ja. Oder du lässt es dann halt laufen, weil dann pfeifst du halt wirklich diesen Vorteil ab und wie der Dujubayev, der Trainer, aufs Feld gerannt ist und so. Oh Mann, aber Mann, ich kann ihn schon verstehen, ja. Ja, ich meine, das war ja sechs oder vier Sekunden irgendwie vorm Ende und dann so einen Pass abzupfeifen und dann, ich würde auch als Trainer durchdrehen. Vor allem hätten, das wäre ja wahrscheinlich, also ich denke, gehen wir jetzt mal nach dem Ausland, er hätte den Ball reingemacht, dann wäre es ja gar nicht zu sieben Meter werfen gekommen und dann wäre Kielsche weiter gewesen. Kielsche weiter gewesen, ja. Und jetzt ist es halt andersrum. Ja, das ist wirklich, ja gut, das ist manchmal in dem Sport geht es um Nuancen und das war dann eben so. Ja. Und vor allem für Kielsche ist halt bitter, ich glaube, die sind in den letzten drei Jahren zweimal Zweiter geworden, also im Finale verloren, jetzt um sieben Meter werfen. Ich meine, die haben ja sogar mal im Sieben Meter werfen gegen Barcelona verloren dann im Finale, im Final Four. Also, die scheitern wirklich jedes Mal nur um, also wirklich Millimeter, die da fehlen, das ist schon krass bei denen, ja. Ja. Aber Kiel, ich schreibe sogar noch um 14 Uhr am Donnerstag, bevor die gespielt haben, schreibe ich noch einem aus meiner Mannschaft, sage ich, komm, wir hauen mal einen Zehner auf, Kiel kommt weiter oder so, weißt du, ich meine. Ja. Ja, aber da haben wir mal geguckt, aber die Wettbüros, die haben da anscheinend schon was gerochen, weil die Quoten, die waren gar nicht so gut. Ja, und dann, was dann passiert ist, Montpellier hat sich, glaube ich, dann so ein bisschen in die Hose geschissen auch einfach. Also, wenn die dann, verständlich, aber auch, wenn du dann mit fünf Toren dann hinten liegst und du kannst in Kiel mit fünf Toren hinten liegen, das ist, das passiert. Ja. Aber ich glaube, dann wirst du nervös und die Kieler riechen das. Ja. Und so, so passiert es dann am Ende, ja. Ich fand, der Start vom Spiel, der war gar nicht, also die ersten 20 Minuten hätte ich nicht gedacht, dass Kiel ist noch so hoch gewinnt. Weil es ja ausgeglichen war. Ja, es war immer nur hin und her, da hat Montepier so gegengehalten. Das war, das, deswegen, das habe ich ja vorhin auch schon eben gesagt, das war, das war ein kompletter Kampf. Die haben jeden, also um jeden Zweikampf, also um jeden Ball gekämpft. Ja. Das hat man ja auch an den Zwei-Minuten-Strafen gesehen. Ja. Ich glaube, in den ersten zehn Minuten waren das schon, glaube ich, fünf oder sechs Zwei-Minuten-Strafen. Ja, ja. Und das ist schon, also es war ein richtiger Kampf. Und dass die dann noch, dass dann, also dass auch Montepier dann nicht mehr ins Spiel findet dann am Ende, das fand ich dann auch. Ja gut, aber der, Alter, die Zuschauer, ne, was weiß ich, wie viele Leute da sitzen, 15.000 Leute in der Wunderino-Arena, die brennen die Ohren schon, weil es so laut ist, ja. Ja, und die Kieler, die dann auch wirklich so richtig, boah, die haben die drunter gekämpft. Also es war wirklich, war wirklich krass. Wir haben es zusammen mit der Mannschaft geguckt nach dem Training und dann hat auch nur einer gesagt, da wurde dann der Linksaußen von Montpellier, wurde so rangezoomt gezeigt, so das Gesicht. Und da hat dann nur einer aus meiner Mannschaft gesagt, Junge, guck mal, der heult. So, die, die haben Schiss, die haben richtig Schiss, ja. Es war auch wirklich so, also es ist krass gewesen, geiles Spiel gewesen, ja. Somit zwei deutsche Teams im Final Four, wem drückst du die Daumen? Kiel. Kiel? Und wer gewinnt am Ende? Ich glaube, es wird wieder Magdeburg oder Barcelona. Ich gehe auch ganz stark davon aus, ja. Schon die zwei besten Mannschaften, die es im Moment gibt. Wobei, aber jetzt, wo ich Magdeburg habe, spielen sehen gegen Kielce nochmal. Das ist schon sehr, das musst du schon mögen, die Spielweise, wie die spielen, ne. Weil der Christjansson geht ins Eins gegen Eins, wird zugemacht. Ja. Der Kreisläufer spielt den Freiburg wieder zu ihm, der Gieslason rennt wieder rein. Äh, ja genau. Und rennt wieder rein, und rennt wieder rein. Und beim fünften Mal gibt es dann halt irgendwann sieben Meter. Ja, das ist... Es ist halt wirklich, ja... Wobei ich sagen muss, dass Kielce jetzt auch nicht wirklich den attraktivsten Handball gespielt hat, ja. Ja. Aber, ja, ist halt so, ja. Montpellier fand ich im Hinspiel so geil gegen Kiel. Alter, das hat fast 40 Tore, glaube ich, gemacht, ne. Also, wie die auf die Pulle gedrückt haben, das war schon richtig, schon richtig geil. Okay. Gut, äh, machen wir weiter. Aktuelles, was gibt's noch? Gut, Kielce, können wir zum Wiederaufstieg in die dritte Liga gratulieren. Ja. Wirklich, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Haben es gegen Wallau, äh, alles, haben gegen Wallau alles klar gemacht. Haibach-Gladbach kann man, glaube ich, auch schon bei euch in der Liga, äh, zum Aufstieg gratulieren. Die machen, glaube ich, jetzt auch, äh, das Ding klar. Niederroden 2 steigt in die Oberliga auf, das wussten wir aber schon letzte Woche. Ähm, gut, in der Landesliga geht's noch, geht's, äh, hinten noch, noch, äh, eng zu. Babenhausen kämpft da noch um den Klassenerhalt, das würde mich persönlich natürlich sehr freuen, als alter Babenhäuser. Und, genau, ich fahr auch gleich nach Hanau, weil da spielt unsere Zweite gegen, gegen Hüttenberg 2. Okay. Das ist auch, äh, ich glaube, Vorletzter gegen Drittletzter. Sehr spannende Angelegenheit, ja. Ich bin gespannt, ob Hüttenberg jemanden aus der, aus der ersten Mannschaft, äh, runterzieht. Mhm. Äh, wir ziehen auf jeden Fall jemanden aus der ersten Mannschaft runter. Unser Kapitän, der Max Bergold, der war jetzt die ganze Zeit verletzt, der spielt heute Zweite zur Unterstützung, ja. Ich weiß nicht, bist du so informiert, was so Oberliga angeht, Dritte Liga oder gar nicht so krass? Nee, nur ein bisschen. Ja. So ein bisschen Landesliga, wegen, gerade auch noch, also wegen bisschen Umstadt. Mhm. Aber so als Dritte, Vierte Liga. Jetzt eher nicht, ne? Ja, gut, ist ja auch verständlich. Warst du eigentlich in Frankfurt beim Spiel gegen Minden vom TVG? Nee, ich war mit der A-Jugend bei der Quali. Ach, ja. Als, als Co-Trainer, beziehungsweise MV. Geil. Okay, wo habt ihr da gespielt? In Felsberg. Okay, und wie lief die Quali? Ganz gut, würde ich sagen. Ja? Also wir haben gegen Felsberg, ähm, 18 Fehlwürfe gehabt, in 40 Minuten. Oha, okay. Das ist, das hat uns, also das hat die bisschen das Spiel gekostet. Ah, das haben sie verloren? Ja, das haben sie dann auch direkt verloren. Okay. Das ist, weil, Felsberg waren aber auch die Favoriten. Okay. Ähm, aber sonst eigentlich souverän. Also gegen Geln, wir haben noch gegen Gelnhausen gespielt und gegen Baunatal. Ähm, gegen Gelnhausen waren die 15 Minuten Verschluss mit sechs Torn hinten. Und dann haben die es noch gedreht und haben noch gewonnen mit zwei. Das war sehr spannend. Alter, wie krass ist denn das? Hätten die das verloren, dann wäre, glaube ich, auch, dann wären auch, glaube ich, die Eltern sauer geworden. Warum? Weil die ersten 30, naja, die ersten 25, 20 Minuten, das war. Desolat. B-Jugendhandball. Okay. Also es war nicht wirklich, da war kein Plan dahinter. Okay, okay, okay. Ja, und ist das die Quali für die erste Eingangmusik oder für die zweite? Für die zweite. Für die zweite. Das ist ja jetzt ein ganz neues System. Ich bin da noch nicht, ich muss mich da mal ein bisschen informieren, wie das jetzt alles auch mit, das wird jetzt Regionalliga und das heißt Oberliga. Also gerade ist ja wirklich, wird ja alles abgeändert. Ja. Ich muss mich da mal so ein bisschen, ein bisschen schlau machen jetzt. Es ist auch wahrscheinlich so, dass wir mit dem Podcast hier noch den Mai, da bin ich jetzt gerade auch noch am Abklären, also für die ganzen Hörer, die jetzt hier mit am Start sind, dass ich den Mai jetzt hier noch machen werde und im Juni wahrscheinlich in eine Sommerpause gehen werde, weil ich eben einen Umzug vor mir habe, auch ein bisschen Urlaub machen will. Deshalb nur schon mal zur Info, da werde ich aber in einer anderen Folge nochmal mehr zu sagen. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Top 7. Wir haben jetzt schon 35 Minuten rum, wir kommen jetzt mal zur Top 7. Ich glaube, dass wir dann alle, dass wir dann so gut so 45, 50 Minuten voll gemacht haben. Ich weiß nicht, bist du vorbereitet oder? Halbwegs, ja. Halbwegs. Ey, die letzten Male war es ja wirklich immer so, dass meine Gäste sich immer eigene Regeln gemacht haben hier in der Top 7 und daraus mal eine Top 10 oder so gemacht haben. Gut, du weißt aber, wie es abläuft, oder? Also ich nenne jetzt die Position. Du nennst einen Spieler, mit dem du auf der Position mal zusammengespielt hast und erklärst deine Entscheidung. Gut, wen stellst du im Tor auf? Bruno Jan-Steffen Minerva. Ach ja, stimmt. Du hast ja dementsprechend ein Spiel jetzt mit dem gemacht. Dann musst du jetzt. Okay, wie kommt die Entscheidung? Der ist ja auch der sportliche Leiter von der Jugendabteilung und da habe ich dem auch sehr viel zu verdanken, gerade in den letzten Jahren. Und auch immer bei jedem Training von der Ersten gibt er mir Tipps, wie ich besser werfen kann, wie ich auf den Torwart schaue, gibt mir allgemein, bringt mich in die Mannschaft und macht so eigentlich alles. Wenn ich einen Arzttermin brauche, besorgt er mir den. Der ist wie so ein zweiter Vater, würde ich einfach mal behaupten. Gerade was so ein Handball angeht, der macht ja wirklich fast alles so für mich. Ich glaube, er geht auch so ein bisschen auf in seiner Aufgabe bei den Junioren, oder? Also ich glaube, da hat er jetzt was gefunden, was auch wirklich für ihn gemacht ist. Ich glaube auch. Ja, gerade so als Bindungsding zwischen der Jugend und dem Männerbereich, das ist schon gut. Das sieht man ja auch, dass ja jetzt auch ich und Anton Bayer bei der Ersten mittrainieren. Das war ja die letzten Jahre eigentlich kaum so, dass man einen Jugendspieler bei der Ersten mittrainiert hat oder mitgespielt. Das ist schon gut, wie er das macht. Auch gerade mit den Entwicklungen mit der C-Jugend und so. Absolut, absolut. Wie gesagt, ich habe die C-Jugend spielen sehen, die waren schon krass. Also das war schon gut. Links außen. Niklas Zengel. Geil. Bei dem ist immer irgendwas zu lachen, der macht nur Scheiße eigentlich. Der hat auch, also da kann es eigentlich nur lustig sein mit dem. Früher war der ja richtig, also war der noch so wie sein Bruder, so klein noch sportlich, würde ich jetzt mal sagen. Inzwischen ist es ja nicht mehr so krass. Pass auf, was du sagst. Ich hoffe, der hört es nicht. Aber es ist ja auch inzwischen, sage ich erstmal, älter geworden. Aber es ist immer noch saulustig. Gerade immer, es gibt viele Geschichten mit dem, die immer lustig sind. Bei dem kann es eigentlich nicht langweilig sein. Deswegen ist er immer links außen. Ich kenne ihn auch. Ich kenne ihn schon ewig. Ich war mit ihm in der Bezirksauswahl damals. Und da gibt es wilde Storys auch, wie wir irgendwie mit, keine Ahnung wie alt wir da waren, 12, 13 glaube ich, in Prag auf dem Turnier waren und dann irgendwie auf dem Rückweg da in Tschechien auf irgendeinem Schwarzmarkt rumdackeln mit 13 Jahren und Kack kaufen. Ja, also das war schon wilde Geschichten einfach. Ja, tatsächlich auch mal im Stadion. Gegen wen war das? Der ist ja Eintracht-Fan. Ich auch. Und da waren wir gegen West Ham oder gegen Barcelona im Euroleague-Sieg ja, waren wir im Stadion und auf einmal steht der Niklas Zengel neben mir. Das war auch geil da im Block. Haben wir uns gefreut. Gut, halb links. Jan de Waer von Kich Zell. Er ist eigentlich genau das gleiche wie bei Niklas Zengel. Der ist einfach, bei dem ist es auch mal lustig. Was der auch für die, also auf Handballerisch, was der in den letzten Jahren für Schritte gemacht hat, finde ich sehr, sehr stark. Aber auch als wir noch zusammengespielt haben, das war einfach, der hat immer nur Scheiße gemacht. Der hat nie wirklich, sage ich das mal, ernst genommen. Der hat immer irgendwas zum Lachen gehabt. Das war einfach. Ich meine auch, dass der Jan Blank war ja auch der Kapitän von Kich Zell, war ja auch hier im Podcast. Und ich meine auch, dass er gesagt hat, dass der Jan de Waer so zuständig ist für die Feierlichkeiten nach dem Spiel. Das würde sich ja jetzt mit dem decken, was du gerade gesagt hast. Das war auch, das war früher mal vor unseren Spielen, war der immer trinken vor den Spielen. Echt? Das war richtig, immer vom A-Jugendspiel, sind wir immer nach München gefahren oder sowas. Hat er immer noch die Nacht davor noch durchgemacht oder sowas. Oder war immer betrunken. Auf der Busfahrt dann. Ja. Geil. Und war dann immer noch ein bisschen verkatert im Spiel. Aber das meinte er, das ist gut für den. Weil wenn er nicht betrunken ist, ist er so viel zu nervös und traut sich nicht zu. Und wenn er immer angetrunken war, dann musste er nicht so viel nachdenken, bevor er was macht. Okay, wilde Geschichte. Ja, dann haben wir ihn auch immer versucht abzuhalten vom Trinken. Das klingt schon fast wie Stefan Kretschmer hier. Der hat ja auch immer erzählt, dass er vor Spielen immer saufen war und am nächsten Tag deswegen noch mehr Gas gegeben hat. Gut, Rückraummitte. Rückraummitte habe ich meinen Bruder. Ah, okay. Der Maximilian Knabe. Den habe ich ganz früher in Amsterdam gespielt. Der war auch, wie gesagt, bei Großwaldstadt. Was ist der eigentlich für den Jahrgang? 2003er. Der hat aber den Schritt nach Umstadt damals gemacht. War dann aber nicht so erfolgreich. Und spielt der aktuell noch? Der fängt jetzt wieder an, eventuell bei der U23 mitzumachen. Ah ja, okay. Aber muss man schauen, wie es klappt mit der Uni, weil der hat relativ viel Schulstress und Unistress. Alles klar. Apropos, was ich vorhin noch fragen wollte. Du hast gesagt, ihr kriegt einen neuen Trainer, habe ich ja auch gerade gesehen. Was macht denn der Povilas jetzt? Der Povilas konzentriert sich komplett nur auf die A-Jugend und Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Okay, alles klar. Rückraum rechts. Niklas Imer. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, aber er ist einfach eine Maschine. Der war auch kurz Thema im Podcast mit Jan Blank. Genau, weil er eben dieses Jahr einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Und der war tatsächlich auch, wo ich noch einen großen Schritt gespielt habe, auch damals als A-Jugendlicher, war er so einer der wenigen, der auch ab und zu mal mit trainiert wird dann bei uns. Also was der auch für einen Schritt gemacht hat, bei Christel, das ist Wahnsinn. Ja, dem hat es gut getan, jetzt in der Oberliga zu spielen. Also auf jeden Fall. Rechts außen? Boah, rechts außen habe ich mir schon die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, weil ich da nicht wirklich jemanden habe, aber ich würde jetzt einfach mal sagen. Du hast mit Spatzi zusammengespielt einmal, ne? Ja, ich hatte ja mit Spatzi nicht so viel zu tun. Ja, stimmt. Deswegen habe ich Dima Redkin. Ja, ja, okay. Das habe ich ja auch sein letztes A-Jugendjahr nochmal zusammengespielt, als er aus der Ukraine hierher kam. Der ist einfach cool drauf. Der kommt ins Training bei der Erzbodenmannschaft, der spielt direkt Basketball, der hat einfach Bock, irgendwas zu machen. Der ist einfach geil, der ist einfach motiviert, der hat einfach Bock. Das finde ich richtig geil. Der hat Spielwitz so ein bisschen. Ja, der hat so dieses Crazy, der ist so ein bisschen crazy. Okay. Das haben aber, die viele Ukrainer haben das, die sind so ein bisschen verrückt im Kopf. Okay. Aber das ist auch gut eigentlich. Ja gut, der hat auch geile Würfe immer drauf, so von rechts außen, ne? Also wenn ich den ab und zu mal spielen sehe. Und die Sprungkraft ist ja verrückt. Ja, das ist wahnsinnig Sprungkraft. Ey, wie hoch springt der? Das ist echt crazy. Habe ich nur, da weiß ich noch, da habe ich den das erste Mal gesehen, hat er sich irgendwie mit Waben gemacht. Ich so, wer ist denn das? Dann hat er von rechts außen beim Aufwärmen dann geworfen. Und auf einmal springt er da sonst wo hin. Und ich so, was ist denn das jetzt hier? Das war schon krass. Es ist immer unangenehm, wenn außen so richtig krass hoch springen kann. Das macht es immer sehr schwierig für einen Tor heute. Am Kreis, wen hast du da? Anton Bayer. Hat der jetzt auch ab und zu schon bei den Profis mit dabei? Der ist ja eigentlich jetzt, ich glaube, der ist jetzt sogar fast jedes Spiel mit im Kader. Einfach weil der Magic More auf ne Rot bekommt. Deswegen ist dann immer noch Anton dabei, damit, falls er wieder ne Rot bekommt, damit er dann ein bisschen aushelfen kann. Ja. Ja gut, der hat wirklich jetzt schon das eine oder andere Mal ne rote Karte bekommen. Ich glaube, der hat ja jetzt irgendwie schon acht, neun rote Karten diese Saison. Was? Das kann auch weniger sein, aber ich glaube irgendwie so um den Dreh rum. Also das ist ja jetzt mal, guck mal, ich habe doch hier die Statistiken offen, da gucken wir jetzt mal rein. Weil das acht oder neun rote Karten, das ist ja verrückt. So, Statistiken. Feldspieler-Details. Boah. Abwehr. Fuck, ey, das kann ich jetzt, doch, wenn ich jetzt auf ihn persönlich gehe, dann kann ich das, glaube ich, einsehen. Es tut mir leid, wenn wir jetzt gerade hier so ein bisschen hängen, aber das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Wo ist er? More, Florian More. Statistiken, rote Karten, oh. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn rote Karten. Ja. Das ist zehn rote Karten in 34 Spielen. Nee, in 30 Spielen bisher. Jedes dritte Spiel kriegt ja eine rote Karte. Krass. Da hast du mich jetzt auf was aufmerksam gemacht. Ja, gut, an der Stelle, Florian, mach weiter so. Machst du gut. Krass, ey, wirklich krass. Okay, ja, ich meine, er hat sogar schon ein Tor gemacht, ne? In Dessau war es. Ja, nur ein Anspiel vom Cedric Schiefer, der bei mir in der Mannschaft spielt. Genau, ja, gut da, sowas kann ich mir merken. Gut, vielen Dank. Ich gebe dir noch die Möglichkeit, einen Trainer zu nennen. Gibt es einen Trainer in deiner Karriere, der dich besonders geprägt hat? Musst du aber nicht jetzt. Ich hätte zwei Trainer, das ist einmal der Edes Hotchik, aus von der B-Jugend in Großwaldstadt. Der hat mir einfach, würde ich jetzt mal sagen, Handballspiel beigebracht. Also der hat mir nochmal so einen richtigen Push gegeben. Aber jetzt auch vor allem in dem letzten Jahr, muss man einfach sagen, Povilas Pabaskas. Weil der hat einfach, der hat mir den Mut gegeben. Der hat mich jetzt wirklich zu einem Spielführer gemacht, sage ich einfach mal. Der hat mir extrem Selbstbewusstsein auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Und auch diese Härte auf jeden Fall. Und ich glaube, das hätte ich mit einem anderen Trainer nicht so krass hinbekommen, wie bei Povilas. Also er hat dich da schon richtig, wie kann ich sagen, der ist dich richtig angegangen, dass du so ein bisschen aus dir rauskommen kannst. Verstehe, alles klar. Gut, Konstantin, vielen Dank für diese Top 7. Und generell, vielen Dank, dass du da warst. Wir kommen jetzt nämlich so langsam zum Ende. Was habe ich zu dir gesagt vor der Folge? Wie lang soll es gehen? 40 Minuten. 40 bis 45 Minuten. Jetzt haben wir 45 Minuten. Von daher kommen wir jetzt langsam mal zum Schluss. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg noch für die letzten zwei Spiele. Ich glaube, zwei Spiele habt ihr noch. Bleibt gesund. Und jetzt auch, wie gesagt, für die neue Saison. Falls wir uns nicht mehr sehen, alles Gute. Dankeschön. Und genau, das war Folge 69 von Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.